Grüezi, Monsieur Döweg. Der SRG-Generaldirektor beantwortet Publikumsfragen. Per SMS hat mich die Beschwerde von der Frau Gerber erreicht. Sie formuliert das so. Diese neue Rubrik bei Radio SRF 3 ist total bescheuert. Das weiss doch jeder, dass hier nicht Döweg-Publikumsfragen beantwortet. Das ist Nick Hartmann, der Döweg nachmacht. Es freut mich ausserordentlich, Frau Gerber, dass sie einem Nick Hartmann so exorbitante parodistische Fähigkeiten zutrauen tünt. Ich muss Ihnen aber sagen, dass ich so eine delikate Aufgabe wie die Beantwortung von Publikumsfragen niemals irgendjemand anderem in unserem Unternehmen würde delegieren und vor dem Nick Hartmann eher noch seinem Hund. Es dürfte sie vielleicht amüsieren, Frau Gerber, dass ich selber auch über ein minimales parodistisches Talent verfüge. Jemand, den ich im kleinen Kreis vor der Generaldirektion, vor der SRG-SSR sehr gerne imitiere, ist ein junger Moderator, den Sie alle kennen. Auf dem Wege in Vorabend begleitet euch den Nick Hartmann. Ist das nicht gut? Tönt das nicht echt? Merci, Herr Döweg.